Hallo und Herzlich Willkommen zurück nach Valheim. Kann ich schlafen? Na ja, gut, das Feuer brennt jetzt nicht. Auch einheitlich Platz in der Hütte. Ähm, die sind bis ich hab doch irgendwo... Irgendwo... Genau. Was ist da? So, was wäre, wenn wir hier an die Kamera nochmal sehen? So. Sehr gut. Okay. So. Juuu, hab ich jetzt Holz? Oh, hab kein Holz mehr. Ich brauch mal Holz. Ups, draußen nicht da draußen. So. Schau, dann nochmal. So. Das läuft, äh... So. Hier ist okay. So. Jetzt möchte ich dann... So. 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 Warte mal. So. 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 I'm... and... and... ... and... So. So, so in etwa mal. Okay, noch mal. Okay. 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 Jetzt kann ich schlafen. Der Regen ist aus. Kriege ich das Feuer irgendwie in mein Haus? Das wäre die Frage. Ja. Tag 7. So, und zwar ist heute die Frage in etwa in der Höhe. So. Oh. Oh. Warte doch. Okay. Okay. Das heißt. Das heißt. Wenn ich jetzt hier. Okay. Da vorne kommt hier hin. So. Moment. Ich kann es uns leichter probieren. Was ist, wenn ich da oben einfach. Ähm. Wenn ich es quasi so ein bisschen abschütze. Also, keine Ahnung. So. Und dann, äh. Hier dran. So quasi. Und dann müsste es doch theoretisch die nächste Mal weiterbrennen. Ja. Also. Mal schauen. Das hilft. So. Ähm. Wie viel Haut und so ein Zeug habe ich denn jetzt? 16 und 6. Mhm. So. Einmal bitte alles durchreformieren. Übrigens kostet es nichts. Das habe ich im Video vorhin gesagt. Und dann, äh. könnten wir uns hinsetzen und so eine Keule aufreden. Ah. Wiederhören. Okay. Jetzt gehen wir erstmal irgendwie Essen suchen. Oder. Hm. Das schaut lustig aus. So. Hunger habe ich auch. Na gut. Und dann gehen wir jetzt mal Essen und, äh. vor allem Lieder suchen. Nach gar nicht. Sehr gut. Und��he. So können wir da auch noch mal... noch nach, weil ich habe So muss ich hin. Ich habe das mal richtig gemacht. Und dann gehen wir so hin. Ich werde das mal ganz nah. Wolltest du irgendwas sagen? Sorry, noch Schleichpunkte. Mist, das hat mich vorher entdeckt. Na komm, ein kleines Reh, komm an Land. 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 Gut, hier haben wir jetzt alles hier. Juppie. Gut, ein Schweinchen haben wir, ein Reh. So. Hallo Schweinchen. War doch ein Schwein, oder? Reh? Hm. Die hab ich ja voll gleich verjagt. Tschüss. Tschüss. Zwischendurchstabler wiederholen her, ja. Ja, ha, 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 ha. Ja? Ach, shit. Wo haben die schon Wasser graben? Da kommen wir jetzt nicht hin. Tschüss. Also der Wasserraum hier ist schon voll. Nehmen wir an, in dem Haus war ich schon. Oh, da ist eh nix. So, dann gehen wir da mal rein. Passt. Ich suche aber eigentlich Schweine. Oh, ja. Oh, ja. Okay. 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 Ja gut, der andere ist jetzt natürlich weglaufen. Komisch, warum bloß? Kann ich dann mehr legen? Gut. Okay. 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 Ich fühle mich nicht ausgeruht. Ich weiß doch, dass ich ausgeruht bin. Das war voll. Das war voll. Okay. 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 Da ist ein Wildschwein. Moment mal. Okay. 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 Wir probieren jetzt mal was. Ich bin jetzt mal neugierig. Wir probieren uns mit einem Bildschwein. Okay. 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 So. Mal improves. Genau. Okay. Mal machen. Hm. Mal machen. Ja. Maximatisiert sich. 10,3%. Na, Prost-Mahlzeit. 10%. 10%. So. Wie nah muss ich nur tanzen, dass das weiter geht, oder geht es viel weiter? Oh nein, ich will dich nicht umbringen, du Schwein! Oh nein, du Schwein! Oh nein, du Schwein! Okay, dann habe ich beim nächsten Schwein eine andere Idee. So, wir holen es. Mhm. 36 ist jetzt noch nicht zu extrem viel. So, ich bräuchte jetzt noch ein Schweinchen. Aber sie sind hier doch nicht allein. Da hinten ist noch eine Hütte. Bei der war ich gerade, da ist ein Niedernest in der Ecke, da gehen wir nicht hin. Da ist die Kiste. Dankeschön. Ja, man könnte die Kisten mitnehmen, wo Werkbank hingestellt wurde, die Häuser abbauen. Ich finde das ganz schön, wenn diese Hütte noch rumstellen. Hm. Hm. Ja, komm. Ja, das ist mein Haus zu unten. Ja, das ist mein Haus zu unten. Ja, das ist mein Haus zu unten. Ja, gut. Okay. Ja, der geht. Vielen Dank, der kurz? Inadora. Ja, das ist ja, kurz. Außerdem hat man, was. Was? Oh. Um. So, we shall not. Oh, no, no, no. So, yeah. 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 Oh. Aber ich freue mich, wieso ich mir nur spreche. So. 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 Weiß mal, ob ich Fleisch. Wir haben genug. Okay. Brauchvergiftung. Ah, da oben stand eh. Okay, das heißt, wir sollten vielleicht das hier. So weglassen. Das Brauchvergiftung ist kreativ. Okay. Es war vielleicht noch nicht so gut, das UN zu bauen. Ah. Mein Versuch. Okay, da haben wir noch ein wenig Schwänzer. Die kann man kochen. Holz. Steine. Oh. Mach mal Trophin. Brauch mal Trophin. Was ist das, das zu hoch gehört? Ich hab da schon... Äh... wieder Brustpanzer. Okay, dann schauen wir mal. So. Jeder Brustpanzer haben wir. Dann nehmen wir mal... ...weder Hosen, oder... Okay, warte mal. Zuerst mal mal zum Boden. So. Also bitte zuerst mal Blumen. Weichen. So. Gut, das kommt ja nach vorne. So. Dann hätte ich... hier mal... Lederhosen. unten. Das nehme ich mal da her. Beide kommen daher. Kann ich jetzt noch was machen? Oh Gott. Jetzt freut sich zum Glück besser. Ein paar mehr Knochen. So viele haben wir leider noch nicht. Feuersteine. Müssen wir aber haben. Ja. Da bräuchte ich erst die Werbung Level 3. Gehen wir ein bisschen sieben. Da brauchen wir Holz. Knochen. 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 Okay. Das heißt jetzt wird es Zeit, dass wir... die nächste Werbung aufbauen können. Und was fehlt mir dafür? eigentlich nur Leder-Schnipsel. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Euch sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.